Heute mal für Sport Rocks bei Nachspielzeit.rocks und wir sind auf dem Weg nach Berlin, Andreas. Aber warum habe ich dich hier? Es geht um Triathlon, um den Ironman Hawaii. Was die wenigsten wissen ist, du hast einen sehr großen Bezug zum Ironman und auch zum Triathlon. Wie kam es? Ich habe Triathlon selbst als Leistungssport betrieben, das ist lange her. In der Frühphase des Sports in Deutschland, also von Anfang der 80er bis etwa Anfang der 90er Jahre war ich aktiv. Und unter anderem einer der ersten Deutschen, ich würde sagen so einer der ersten 100 vielleicht, die überhaupt jemals auf Hawaii gestartet sind. Das war 1987. Das ist jetzt genau 30 Jahre her, du bist gebürtiger Darmstädter und den letzten Ironman hat der Patrick Lange gewonnen, der ja für Darmstadt startet. Was kannst du uns zu Patrick Lange denn mal so aus dem Nähkästchen erzählen? Also zunächst mal war das eine unheimlich schöne Sache, dass ich vor 30 Jahren als erster gebürtiger Darmstädter auf Hawaii gestartet bin und er 30 Jahre danach für den Verein starten, den ich mitgegründet habe oder die Triathlon-Abteilung, das DSW Darmstadt, startet und jetzt dieses Rennen gewonnen hat. Also Patrick Lange ist ein Typ, wenn man ihn sieht, würde man nicht spontan sagen, dass das ein klassischer Typ ist vom Körperbau her, der einen Ironman gewinnt. Er wirkt ein bisschen zu klein und auch ein bisschen zu schmächtig. Er ist natürlich muskulös, klar, aber verglichen mit Jan Frodeno beispielsweise oder Lionel Sanders aus Kanada wirkt er einfach so, aber da täuscht man sich komplett, wenn man ihn nicht kennt. Er ist ein Rennfloh, so hat ihn ein Kollege mal bezeichnet, Udo Döring vom Darmstädter Echo und genau der Ausdruck trifft es. Also er ist unheimlich zäh, er ist sehr, sehr leicht, was ein Riesenvorteil ist in Hawaii. Er hat durch das niedrige Gewicht Nachteile beim Schwimmen und beim Radfahren, aber die kann er mit seiner ungeheuren Laufstärke in Hawaii ausgleichen oder mehr als ausgleichen. Das hat er letztes Jahr schon bewiesen, als er einen Laufstreckenrekord aufgestellt hat mit 2 Stunden 39 Minuten und damit schneller war als der bisherige Laufstreckenrekord. Und der datiert immerhin vom sechsfachen Sieger Mark Allen aus dem Jahr 1989. Du hast das Gewicht angesprochen. Dadurch, dass er leicht ist, hat er Nachteile beim Schwimmen und auch auf einigen Teilstrecken des Radfahrens. Aber natürlich im Laufen ist er durch das Gewicht im Vorteil vielen anderen Athleten gegenüber. Aber trotzdem, wie phänomenal ist diese Laufleistung, 10 Minuten, über 10 Minuten hinter dem Lionel Sanders auf die Laufstrecke zu gehen und ihm dann noch 2 Minuten 27 abzunehmen? Also bezogen auf diese Abstände, die du gerade angesprochen hast, ist es phänomenal. Da sind die Zahlen, die du selbst genannt hast, schon selbst erklärend. Der zweite Punkt, der dieses Phänomen eigentlich am besten ausdrückt, ist die Tatsache, die ich gerade erwähnt habe, dass der Laufstreckenrekord von einem sechsfachen Hawaii-Sieger aufgestellt wurde bereits 1989. Das war zwei Jahre nach meinem ersten Start, also das ist 28 Jahre her. So lange hat der Laufstreckenrekord gehalten und dass es so lange gedauert hat, bis er kam und den unterboten hat, sagt eigentlich schon alles. Wenn man sich das Rennen angeschaut hat bei der Live-Übertragung im Fernsehen, im ZDF, dann konnte man mit fachlichem Blick erkennen, dass er quasi bis zur Ziellinie mit einem ganz entspannten Laufstil gelaufen ist, mit einem ganz entspannten Gesichtsausdruck, mit einer hohen Lauffrequenz und mit einer langen Schrittlänge und eben bis fast zur Ziellinie. Und das sagt alles über seine Laufstärke aus. Jetzt bist du gebürtiger Darmstädter, du bist im Sport verbunden, er startet für die Stadt oder für euren Verein der Stadt. Was wird jetzt in Darmstadt passieren, wenn er dann aus Hawaii zurückkommt? Also im Verein, im DSW Darmstadt, der war damals bei unserer Gründung, das war im Winter 1984-85 der Fall, kurz danach war es schon eine der größten Triathlon-Abteilungen Deutschlands mit damals weit über 100 Mitgliedern. Heute, wenn ich es recht weiß, sind es über 300 und gehört immer noch zu den größten Triathlon-Vereinen Deutschlands. Da wird viel gefeiert werden und ich bin absolut sicher, dass er einen Empfang bei unserem Oberbürgermeister bekommt, denn der hat ihn letztes Jahr schon eingeladen, als er Dritter geworden ist mit neuem Laufstreckenrekord. Da durfte er sich ins Goldene Buch der Stadt Darmstadt eintragen, der Wissenschaftsstadt Darmstadt. Und ich denke, da gibt es die zweite Eintragung jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen. Kommen wir auf Hawaii zu sprechen. Du selber warst dreimal vor Ort auf Hawaii. Du hast auch mehrfach schon zu mir gesagt, das ist ein Erlebnis, wenn wir da mal vielleicht zusammen was umsetzen könnten während des Triathlons. Was ist die Besonderheit an dem Ironman Hawaii? Da kommen verschiedene Faktoren zusammen. Wir alle, du, ich, unsere Freunde, Bekannte stammen aus Deutschland und damit aus Mitteleuropa. Das heißt, wir kommen aus einer völlig anderen geografischen Ecke der Welt als die Ecke, in der Hawaii liegt. Das heißt, die schiere Temperatur, das schiere Klima, die Düfte, wenn man aus dem Flugzeug aussteigt und dort ankommt, der Duft, der einem in die Nase steigt. Also das gesamte haptische Erleben, emotionale Erleben ist ein völlig anderes, als wenn man beispielsweise in Frankfurt aus dem Flugzeug steigen würde. Das heißt, damit beginnt es. Das zweite ist der Mythos Hawaii, weil auf Hawaii, zumindest im engeren, im klassischen Sinne, die Geschichte des Triathlonsports insgesamt begann. Faktisch begann sie ein paar Jahre früher in Kalifornien. Das dritte ist, dass der Ironman Hawaii seit Gründung 1978 bis heute das wichtigste, das bekannteste, das mythosbeladenste Rennen der Welt geblieben ist. Und wenn man all das zusammennimmt, dann kann man sich vorstellen, dass es eine sehr, sehr emotionale Sache ist, für mich jetzt vor dem Fernseher zu sitzen, das Rennen im Jahr 2017 zu sehen und für mich auch damals als Mittelklasse-Triathlet etwas wirklich Bewegendes war, dort dreimal an den Start zu gehen und auch dreimal das Ziel zu erreichen, zu finishen. Ich habe den Ironman in Frankfurt damals gemacht. Unwissend hast du mich die ganze Zeit auf der Strecke mit deiner Stimme begleitet. Du warst aber in Hawaii vor Ort. Für mich ist klar, ich persönlich würde Hawaii, egal wie viel ich jetzt heute nochmal trainieren würde, nicht schaffen. Durch die klimatischen Bedingungen höchstwahrscheinlich. Du warst dort. Was macht die Strecke dann so ganz speziell? Also wie ist das, wenn man durch die Lavafelder dort fährt, joggt? Wie ist es übrigens dort zu schwimmen? Ich meine, wir in Frankfurt sind im Langener Waldsee geschwommen und das ist ja offenes Meer. Was macht das alles aus? Also es sind erst mal zwei verschiedene Welten. Ich möchte aber damit kein falscher Eindruck. Entsteht eins klar sagen, 1987 bei meinem ersten Start gab es noch keine Qualifikationen und 1988 und 90, das war mein zweiter und dritter Startort, gab es bereits Qualifikationen. Die hätte ich beide wahrscheinlich nicht geschafft. Ich konnte nachrücken für Athleten, die qualifiziert waren und aus verschiedenen Gründen nicht starten konnten. So viel mal dazu. Jetzt zu deiner Frage konkret. Die klimatischen Bedingungen habe ich schon angedeutet. Es ist so, dass die schiere Hitze mindestens mal bei 30, 35 Grad Celsius im Schatten liegt, in der Regel aber über 40 Grad Celsius. Aber der entscheidende Punkt ist, es gibt auf dieser Strecke bis auf wirklich vielleicht 100 Meter auf der Laufstrecke überhaupt keinen Schatten. Also man ist zwölf Stunden im Wettkampf beim Schwimmen. Das darf man nicht unterschätzen, was die Sonnenbrandgefahr der Haut angeht. Beim Schwimmen, beim Radfahren und beim Laufen permanent der Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Und nochmal, wir sprechen von Temperaturen im Schatten von über 40 Grad, das heißt Sonnentemperaturen ohne Schatten im Bereich von über 60 Grad Celsius. Dazu kommt die Tatsache, dass sowohl der Ort oder die Kleinstadt Kailua-Kona, die hat heute etwa 14.000, damals vielleicht 10.000 Einwohner, und die gesamte Radstrecke, die 180,2 Kilometer durch Lava-Wüste führt. Das führt dazu, dass das Asphaltband der Strecke, des Highways und die rechts und links davon gelegenen Lavafelder die Hitze aufnehmen, speichern und von unten wieder abgeben. Das heißt, als Athlet habe ich die Sonneneinstrahlung vom Himmel, von der Sonne direkt, und ich habe die indirekte Spiegelung der Sonne, die abgegeben wird von Asphalt und von Lava. Der entscheidende Punkt, und da sieht man, wenn man über Jahre statistisch die erzielten Zeiten vergleicht, ist entscheidend, ob persönliche Bestzeiten, Streckenbestzeiten erzielt werden oder nicht, die Intensität und die Dauer der Mumuku-Winde auf der Radstrecke, denn man fährt zu einem Wendepunkt 90 Kilometer vereinfacht gesagt raus und 90 Kilometer wieder zurück. Und es gibt ganz wenige Jahre, in denen es fast oder wirklich völlig windstill ist, und dann sind die Radzeiten 10, 12 Minuten geringer als in anderen Jahren. In der Regel hat man aber einen starken Gegenwind mit bis zu 100 Stundenkilometern. Und Leute meines Mittelfeldes, die haben noch zusätzlich das Pech. Hawaii, die Insel, Big Island, ist eine Insel eben im Pazifik und dadurch dreht der Wind zur Mittagszeit, sodass ich auf dem Hinweg Gegenwind habe und auf dem Rückweg auch. Das Ganze wird verstärkt durch die hohe Luftfeuchtigkeit von 80, 85, manchmal auch über 90 Prozent, sodass die Hautatmung, die Schweißregulation über die Haut schwer funktioniert. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann kann man sich ausmalen, warum ein Ironman auf Hawaii wesentlich anspruchsvoller ist, wesentlich schwieriger zu bewältigen ist, als ein Ironman beispielsweise in Mitteleuropa. Noch eine persönliche Frage zum Abschluss. Ich weiß, du hast das kommentiert, live an der Strecke, fürs Fernsehen, fürs Radio. Ich weiß, du hast auch viele Veranstaltungen im Triathlon moderiert mittlerweile. Du hattest beim Patrick lange erwähnt, er hat nicht wirklich die idealen Voraussetzungen für einen Triathleten, obwohl er jetzt, sag ich mal, so erfolgreich ist. Genauso kann man natürlich auch sagen, du hast auch nicht wirklich die optimalen Voraussetzungen. Du bist zwar größer, aber auch deswegen sehr, sehr viel schwerer als er, was dir beim Schwimmen und beim Radfahren hilft, aber beim Laufen natürlich auch wieder ins Negative umschlägt. Wie bist du dann aber trotzdem zum Triathlon gekommen und vor allem dann auch mit so einer Liebe und einem Herzblut? Das war 1984, am 1. Juli 1984, ein wunderschöner Sommertag, das werde ich nie vergessen. Dort fand in meiner Heimatstadt Darmstadt der erste Darmstädter Heinerfest-Triathlon statt. Ich hatte damals mit Ausdauersport quasi überhaupt keine Berührung, habe Fußball gespielt, habe andere Sportarten ausgeübt und ein bekannter, kein Freund, sondern ein bekannter Fußballtorwart wie ich, der hat mich genau eine Woche vorher darauf angesprochen, dass er aus Jux oder aus Neugier sich dort angemeldet hätte, ob ich denn auch am Start sei. Und ich habe zu ihm wahrheitsgemäß damals gesagt, Triathlon habe ich nur mal grob gehört, aber nein, da ich da keine Verbindung zu Ausdauersport habe, nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, er hat mich überredet, mich anzumelden. Ich habe es gemacht, bin gestartet, war einer der letzten in meiner Altersklasse, die ins Ziel kamen, aber mich hat diese Art der sportlichen Betätigung, dieser Wettkampf und diese Vielfalt der Disziplinen, Schwimmen, Radfahren und Laufen einfach begeistert und mir hat es Spaß gemacht. Und ich bin ins Ziel gekommen, es war ein Kurztriathlon und habe mir gesagt, diese Sportart übst du ab nächster Woche als Leistungssport aus. Ich habe mir ein richtiges Rennrad gekauft, habe mir Freunde, Bekannte gesucht, die von Training Ahnung hatten damals und drei Jahre später stand ich das erste Mal in Hawaii an der Startlinie, habe diese Sportart elf Jahre mit viel Herzblut als Leistungssportler weltweit ausgeübt, war glücklich und zufrieden und habe auf meinem Niveau alles erreicht, was ich erreichen konnte und damit war es gut. Dann danke ich dir für diese Einblicke zu Patrick Lange, zum Triathlon, zum Ironman, zu deinen persönlichen Eindrücken und ich freue mich schon auf den nächsten Videoblog mit Auto und Mobil TV und auf die Veranstaltung heute Abend. Gleichfalls, vielen Dank und mir hat es auch Spaß gemacht, neben dem Automobil-Thema mal wieder ins Thema Triathlon einzutauchen. Danke Marc. Untertitelung des ZDF, 2020